Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Gotik 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind noch einen kurzen Sprung im Minental. Zum einen werde ich gleich hier das Auge Innos wieder aufladen. Sehr schön. Und zum anderen werden wir noch Garons schnell Bericht erstatten, dass wir Hoshpak besiegt haben. Und dann müssten wir eigentlich schon fix und fertig sein. Ich werde auch ganz schnell schlafen gehen. Wir können aber auch noch die Geschichte mit dem Lederbeutel da machen. Mein ist eh wurscht. So, gehen wir schnell schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Machen wir noch die Lederbeutel-Geschichte fertig. Und wie gesagt, bei Garons schnell sagen, dass Hoshpak besiegt ist. Und gut ist. So, als erstes. Hier Lederbeutel. Äh, was machst du für ein langes Gesicht? Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du. Wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Welches Pack? Ihr lumpigen Drachenjäger natürlich. Wer sonst? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Sehr freundlich. Und was fehlt? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel. Da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Wir haben ihn gefunden. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mist, Kerl war das? Weiß ich doch nicht. Drachenjäger, Verdacht. Er lag da drüben bei der Schmiede. Ja, so ist es. Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Äh, was? Moment, wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Können wir auch mal fragen. Moment. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Äh, na gut. Ihr hast ein paar Münzen. Und jetzt erzähl. Wer ist das gewesen? Weiß ich doch nicht. Ich habe einen der Drachenjäger in Verdacht. Po. Ja, muss ich fast machen. Weil sonst geht er mich nämlich an und dann kriege ich aufs Maul. Oder? Schau mal. Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist das doch gewesen. Gibst zu. Was? Du kannst nicht mal. Ich habe... Verdammt. Du kannst nicht mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Ich muss mal ein Stück hinweg. Ah, komm her. Arschgeige. Komm her. Du blöder Krippel. Echt. So ein Vollidiot. Keine Ahnung, was man euch da zum Essen gibt. Aber das kann nicht gesund sein. So. Passt. Ausgeraubt. So. Ihm alles weggenommen. Bloß sein Schwert. Es wird da wohl Ruhe geben. Der Depp. Okay. Dann ist nur noch gar und über. Und dann passt es auch schon. Komm, steh auf, du Idiot. Entspann dich wieder. Entspann dich wieder. Du hast ja deinen Geldbeutel wieder. Reiz mich nicht, Bursche. Zieh Leine. Alter. Trottel. Na fein. Ähm. So. Also, dann noch schnell zu Garond hatschen. Weil ich glaube, er hat uns ja den Auftrag mit Hoshpag, glaube ich, gegeben. Oder zumindest einer seiner, einer der beiden Paladine, die noch bei ihm stehen. Also, das machen wir auch noch schnell. Und dann hauen wir hier auch schon ab. Hallo, Garond. Nein, du weißt es nicht. Dann warst wer von euch, ne? Klar, hoffe ich halt. Ja. Hoshpag ist tot. Hoshpag ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Sehr schön. Bast haben wir auch erledigt. Bei dir ist auch nichts Neues. Perfekto. Das heißt, Minental ist mit einem Hackerl jetzt versehen. Gut. Ähm. Können wir ja nochmal überprüfen. Prüfen. Ich muss hier raus. Talpin. Jäger. Blutfliegen gestochen. Zum Pass. Ich glaube, er will nach Korinis. Meister der Drachen. Drachen. Fest im Föhn. Also, Urschak. Treffen. Bla, bla. Ja, das mache ich nicht weiter. Drachen-Eier. Einer der Drachen. Faselt irgendwas von Nachkommenschaft. Bla, bla. Äh. Bast. Das heißt, auf geht's, meine Herren und meine Damen. Wir schleichen uns von hier. Äh. Bast. Zu Bast. Korinis Minental da. Fünf. Und hurra. Auf nach Hause. Weg aus dem Minental. Äh. Ja. Viechermäßig haben wir. Müsst man. Alles getötet haben. Und da dürfte normal nichts mehr leben. Äh. Quest-mäßig haben wir. Okay, ich nehme alles zurück. Da ist ein Snappy. Und warum auch immer. Keine Ahnung warum. Hey, das waren meine Punkte, du Trottel. Ist ja nicht zu fassen. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Bring mich über den Pass. Bitte. Geh doch einfach durch. Ich habe dafür keine Zeit. Freilich sicher. Helf mir. Ich danke dir. Wenn du rüber gehst. Folge ich dir einfach. Passt. Hey, you. Äh. Da können wir ihm noch sein Geldbeutel stibitzen. Ich hoffe, das funkt. Warte, habe ich das versucht? Haha. Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich es versucht? Hey, you. Ich glaube, ich habe es versucht, ne? Probieren wir es nochmal. Und? Jawohl. 110 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Na dann komm mit, Schnucki. Wir bringen dich über den Pass. Ich hoffe sehr, dass jetzt nichts mehr gespawnt ist. Aber wenn man bedenkt, er hat einfach mal so einen Schnapper besiegt, ne? Ihr kommst jetzt mit, du Trottel? Hallo? Hallo? Jetzt ist die Frage, ähm, habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, ne? Passt. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Keine Ahnung, ob der jetzt einfach so auf der anderen Seite ist. Ähm, ich hoffe doch sehr. Schauen wir mal. Oder ob ich den normalen Weg katschen muss. Kapitel 5. Aufbruch. Tada. Da sieht man auch kurz das Kloster. So. Talbin, bist du hier? Schaut nicht so aus, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es hingehauen hat. Hinter mir ist jedenfalls nicht der Kerl. Vielleicht taucht irgendwo mal auf. Keine Ahnung, was mit dem Kerl ist. Egal. Ähm, Kapitel 5 haben wir jetzt gestartet. Okay. Äh, schauen wir mal. Viechermäßig ist irgendwas gespawnt. Nein, hier mal nix. Ich hoffe auch sehr stark, dass jetzt im Minental nicht noch irgendwas gespawnt ist. Das wäre echt blöd. Dann müssen wir nämlich nochmal dorthin. Und alles splitten. Notfalls. Schau mal. Ich züge mal die Waffe für den Fall, dass uns hier gleich was überraschen möchte. Weil ich glaube nur, mich noch daran zu erinnern, dass da vorne eine Armee von Drachensnappern auf uns wartet. Und das müsste es dann auch gewesen sein. Lücken wir mal. Lücken wir mal. Baum, 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 baum. Mh, da, da. So. Achso, Waffe weg. Sesam, öffne dich. So, ja. Blutfliegen haben wir ja schon mal da. Da vorne ist ein Suden da. Alter. Oh, Dreckslöcker. Perfekt. Ah, da ist Albin. Okay, passt. Hat alles hingehauen. Passt. Was? Jetzt hör auf. Nicht die Blutfliegen. Hallo, hör auf. Nicht die Blutfliegen. Gesterben, Viech. Passt. Ist da vorne etwa ein Suchender? Ich glaub, ich spinne. Gibt's diese Deppen immer noch? Ist ja nicht zu fassen, oder? Hallo, Talbin. Talbin, bleib stehen. Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich danke dir für die Rettung. Bitte. Ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich denke, er wird dir noch nützlich sein. Ich vermute, es ist ein Erzbrocken. Möge Innerst dich beschützen. Merci. Ähm, gut. Was habe ich denn jetzt eigentlich für Ausrüstungen drinnen? Okay, die kann ich schon mal wegtun. Ich kann schon mal Feuerschutz reinhauen. Nein, warte. Magieschutz. Magieschutz. Denn da vorne ist jetzt... Alter. Jetzt geht da da ernsthaft die Warane... Du gehst mir jetzt nicht die Warane umbringen. Scheiß, Waran. So, das war's mit dir, du Misty. Boah, ey, da geht mir auf die Nerven, der Talbin. Echt. Was das Suchende sind, schaut's einmal bitte. Ähm, ich muss mich kurz mal wohin bohren, glaube ich. Nur ganz kurz. Ähm. Weil, ähm, vielleicht... Ähm. Was macht man? Klar, Großbauer, bevor der mich noch mehr pullt. Ich hoffe, das kann ich skippen. Ich hoffe sehr, dass ich das skippen kann. Ähm. Ich hoffe, das passt so. Ansonsten habe ich da ein klitzekleines Problemchen. Und ich hätte den Deppen vielleicht nicht anreden sollen. Ähm. Nein, nicht Minental. Korinis. Schauen wir mal, ob's hingehauen hat. Im schlimmsten Fall geht er jetzt gerade alle an. Weil normal müsste er verschwunden sein. Trottel, echt. Ja. Ich glaube, das hat geholfen. Perfekt. Ähm. Gut. Ihr seht schon, die Suchenden sind leider noch nicht... ...über alle Berge. Im Gegenteil, es sind noch immer welche da. Das bedeutet, wir müssen uns umrüsten. Also da Ringe haben wir schon. Magie. Verteidigung. Hätte ich da irgendwas? Priester, Krieger. Ich glaube, da gibt's sonst nix, ne? Mana-Bonus, Schutz vor Waffen, Schutz vor Feuer, Pfeile, Magie. Nehmen wir die beiden. Und hier, statt Waffe. Mana-Bonus. Irgendwas auch mit Schutz vor Magie wäre super. Wir werden nehmen das Erz-Haut-Dingens. Ja. Wir nehmen Erz... Erz-Haut. Okay. Das müsste hoffentlich schon reichen. Schauen wir mal. Die Klaue-Belias wird mir hoffentlich gute Dienste leisten. Komm. Bist du einer? Ja. Perfekt. Komm her, du Arschloch. Kachanga. Schaut's euch das an, wie gut das geht, bitte. Schaut's euch an, wie gut das geht. Kein Vergleich zu vorher. Da drüben ist auch so ein Zipfelklatscher. Den putzen wir auch gleich weg. Perfekt. Komm, red. Jawohl. Schnauze. Geh, sterben. Alter, du Trübel. Perfekt. Der lebt nimmer. Jawohl, jetzt kommen beide einer. Komm, loot doch schnell, um Gottes Willen. Ja. Scheiß, ich ja. Komm, Kachanga. Mehr Kachanga. Mehr Kachanga. Alter, mach doch Kachanga. Darf ja nicht wahr sein, oder? Was ist jetzt? Ey, das gibt's ja nicht. Herzlich willkommen zurück. Und da hat sich Gotlik aufgehängt. Wieder einmal. Eh nichts Neues. Ja, und jetzt müssen wir da eben nochmal ein bisschen was nachholen. So, wir sterben, du Arschgeige. Jetzt bringt er mich um. Natürlich, oder was? Alter, ich krieg gleich einen Schirchen. Alter, ich krieg gleich so einen Schirchen. Alter. Drecksschweine, Ländiges. Komm, mach hin. Ich hasse es, wenn der Zauber ausrüstet. Ich hasse das so sehr. Halt's Maul und gestern. Aber die Kribbeln machen immer noch Schaden. Diese blöden Schweine. Schau mal, was der Schaden gemacht hat. Das ist nicht normal. Wieso macht der jetzt auf einmal so viel Schaden? Ich hab doch alles magieresistent und so. Vorher nicht. Und jetzt wieder Vollgas Schaden kriegen. Weißt du, es ist echt, boah, zum Kotzen teilweise. Muss ich echt so sagen. Es ist wirklich wahr, zum Kotzen. Das hilft mit dem Magieschutz. Irgendwie hab ich ab und zu das Gefühl, dass der Magieschutz gar nicht funktioniert. So ein Scheißdreck. Echt, wirklich wahr. Diese Suchenden wie mich, die auf die Nerven gehen. Ich hasse dich. Wir sterben, du Kribbeln. Aschgeige, blöde. Echt. So, bitte. Nur ein Drachenschnapper. Ja, natürlich, ne? Natürlich gehen wir beide an. Wieso auch nicht, ne? Aha. Okay, jetzt können sie fressen. Das ist meine Chance. Zum einen Speicher nämlich auch noch. Boah, ey. Ne? Gesterben, du Scheiße. Gesterben, hab ich gesagt. Dreckiges Mistviech. Boah. Boah. Wieso kriege ich jetzt auf einmal so viel mehr Schaden? Ist es jetzt deshalb, weil ich Magie ausgerüstet habe, oder was? Muss ich jetzt immer umrüsten noch zusätzlich? Mühselig. Mühselig. Sehr, sehr, sehr mühselig. Muss ich echt sagen. Ja, natürlich, weil die Waffe... Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Echt? Schutz vor Waffen. Wo ist denn die Kriegerscheiße? Feuer, Verteidigung, Erkenntnis. Was ist das? Dieser Link gehört mir. Ich glaube, jetzt habe ich auch noch ein Dings-Bug. Es ist zum Heulen, wirklich wahr. Ich bin ja auch schon echt am Überlegen, ob ich mir wirklich Gotik 3 antun soll. Sagen wir ganz ehrlich. Keine Ahnung, ob ich das wirklich machen soll. Geh jetzt endlich sterben, du dreckiges Scheiß. Wie ich du in den Kissen... Boah, ey. Ich kann aus der Haut fahren. Echt? Komm her, du dreckiges Mist. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass die Angriffe der Viecher als Waffenschaden zählen. Nichts zu holen. Jetzt habe ich zum Beispiel viel weniger Damage bekommen. Boah, ey. Ich will zu einem Bauern, ne? Dort im Bettchen schlafen und gute Nacht und weiter geht's dann, ne? Ich gehe mal rauf zu Sekops Ho... Na, nicht Sekop. Wie hieß der schnell? Ähm... 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 Benga. Bengas Hof. Ja, Wolf macht immer noch seinen Dienst hier. Das ist sehr schön. Die Burschen sind alle da. Hervorragend. Prima. Söldner. Einmal, zweimal. Sehr schön. Und da vorne steht unser alter Kumpel Wolf. Wie? Schau, der Anker steht auch hier. Hallo, Wölfchen. Bogen schließen lernen. Alles in Ordnung. Fangen wir mal so. Alles in Ordnung? Klar. Alles ruhig. Passt. Tun wir wieder speichern. Dann tun wir mal probieren, seinen Geldbeutel zu stipitzen. So. Schauen wir mal, ob's geht. Jawohl. 110 Erfahrungspunkte. Schön. Hallo, Anker. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Danke. Du Schnuckiputzi, das ist lieb von dir. Sehr schön. Bei ihm probiere ich's auch mal, ob ich da was stipitzen kann. Dann schauen wir mal, ob's geht. Du mieser kleiner Dieb. Ich hab nichts gemacht. Du hast nichts gesehen. Schau, warte, warte, warte. Und, und, und. Es ist so, ist nichts passiert. Ich geh mal pennen. Warte, räume noch zuerst mit ihm. Ist Parthos wieder zurück? Ist Parthos wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Danke für alles, was... Schon gut. Warte. Ich würde dich ja entlohnen. Aber ich hab selber nicht... Vergiss es. Passt schon. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Wir fragen mal Blöden, ne? Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen. Eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt du nur sagst es. Sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Okay. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Malak ist, wenn kein Wunder geschieht... Bla, bla, bla. Das kann ich überspringen, weil das ist immer dasselbe Schmarrn. Auch bei dir werde ich schnell versuchen, ob der Taschendiebstahl funktioniert. Jawohl. 120 Punkte, sehr schön. Also Erfahrungspunkte. Dann einmal schnell pennen gehen. Gute Nacht, Alter, das haben wir verdient. Boah. Da muss ich mal auf die Uhr klubschen. Jaja, der Part wäre dann auch zu Ende. Jö, ne? Hallöchen Patros. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Hey, mein Ritter. Danke nochmal. Jetzt kann ich mich den ganzen Tag ausruhen. Alles klar. Ich ziehe da mal weiter. Na dann. Viertie. Und wer tust du sein? Ein Bauer. Noch mehr Bauern. Nur noch Bauern. Okay. Halleluja. Maracuja. Pass. Da sind wir mal fertig, ne? Da scheint es zu passen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, im nächsten Part werden wir uns mal zu Oners Hof vorarbeiten. Aha, da ist schon wieder so ein Zipfelklatscher. Warte. Umrüsten. Mach hin. Schneller, 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 schneller. Da vorne sind Schafe. Okay, ich dachte schon, das wäre so ein Arschloch-Typ. Wobei, scheiß doch der Hund drauf. Echt. Ich probiere es jetzt mal so. Der Suchende davon, der muss weg. Der wird jetzt das Zeitliche segnen. hoff' ich. Da ist er. Komm, gestern, du Arsch. Und weg mit dir. Wisstviech. Weil wir können eh sofort wieder pennen gehen beim Bauern und dann passt das schon. Ich glaube, ich brenne, Alter. Ich dampf' zumindest. Perfekt. Der ist auch erledigt. Gut. Ich gehe nochmal pennen. Und im nächsten Part werden wir uns aufmachen Richtung Onershof. Werden wir alles säubern, was dort kreucht und fleucht. Die werden auch den Wald da hinten inspizieren. Und die Drachenschnappis, die dort herum krebsen, werden wir auch gleich mit erledigen. Und, ja, das hört sich ja nach einem Plan an, würde ich mal meinen. Also gut, ihr Lieben. In diesem Sinne, lege ich mich mal hin. Und wünsche euch somit einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.